Norwegen 2, der Film für Meeresangler. Der erfolgreichste und aufwendigste Norwegen-Angelfilm aller Zeiten. Holen Sie sich neue Ideen, neue Eindrücke und Heißhunger für Ihre Fischweid im Land der Fjorde. Nutzen auch Sie die gewonnenen Erkenntnisse über Heilbutt und Co. Noch nie wurden mehr Butte von Anglern in Norwegen erbeutet, als nach dem Erscheinen dieser DVD. Norwegen 2, der Film für Meeresangler, schließt nahtlos an unsere erste Norwegen-DVD an und übertrifft diese in puncto atemberaubender Szenerie, Spielzeit, Infos und mit viel mehr dicken Fischen. Erleben Sie hautnah 320 Minuten Meeresangeln, der Extra-Klasse auf einer Doppel-DVD. Andreas Zimmermann hat seine langjährige Erfahrung in dieses Meeresfilmprojekt gestellt. Das Ergebnis ist ein Film, der wohl alles bisher Gesehene in den Schatten stellt. Brechen Sie auf zu neuen Ufern. Der Fang erfolgt des für viele Norwegen-Fans mystisch anmutenden Heilbutt, erlangt eine neue, bisher unbekannte Dimension. Das Team um Andreas, Kai und Mario hat alleine über 80 Exemplare dieser Fischart gefangen. Mit Kai Witt und dem Team von Nordatlantik-Tours hatten wir den denkbar besten Partner im Boot. Auch Kais 20-jährige Erfahrung in Norwegen war ein Garant für Top-Reiseziele und Top-Fänge. Kein Weg war zu weit, kein Fisch war zu tief. Fast dreieinhalb Monate Drehzeit und mehr als 25.000 Kilometer Fahrtstrecke wurden zu Land und zu Wasser zurückgelegt. Mehrere Tonnen Fisch gefangen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Pischang. Der Pischang. Der Pischang. Der Pischang. Der Pischang. Der Pischang ist nicht dran. Herr de Schwalbe bis zum Teil 혀로 aus. Away! Der Pischang! Der Pischang! złap! 1 Viere Erobe! 0.別ige Notanza stuttering. 1 wirkenis BombsZA! otineer Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich begrüße Sie und lade Sie ein auf eine weitere große Reise durch Norwegen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020